Hallo, Willkommen im Atundo Kanal und heute zeigen wir euch den neuen 4BRO ICT Purple Dream. Ja, da haben wir mal erst die Nährwerte und dann haben wir auch die Zutaten. Das ist ein Erfrischungstee mit Weißtee-Extrakten, Blaubeer und Feige-Geschmack. Dann schauen wir mal, wie es schmeckt und probieren ihn mal. Dafür haben wir wie immer unseren Shooter. Wir schütteln mal kurz und öffnen den Tetra Pak. Oh, Tetra Pak darf man gar nicht sagen, glaube ich. Und riecht sehr nach Blaubeere und wir wollen mal schauen, wie sieht auch sehr schön blau aus. Und vom Geschmack her... Wow, mal was ganz anderes. Ich bin ja kein Tee-Fan, aber der schmeckt echt lecker. Also eine klare Kaufempfehlung ist Blaubeer, Feige, 4BRO ICT ab sofort bei uns im Atundo Shop und demnächst auch in vielen Läden.